Oh mein Gott! Nein, der ist nicht in der Kirche, der ist draußen. Auf das Mal. Warum sagt Pixel Nix und geht vor die Kirche? Weil er parten muss. Ich würde behaupten, Bangkok hat ihn jetzt. Nee, und gibt ihn nicht wie der hier. Die Amis werden angegriffen. Ja. Der Platz sogar greift die an, weil der ist ja der Gegner quasi. Ich wusste gar nicht das Ding, dass die DSK, dass die... Die DSVD ein Sekundärvisier hat zum Auswählen. So, und bist du dann bald fertig mit meinem Rucksack? Nee, ich möchte, aber ich komme nicht mehr ran. Dann gebe ich dir, was du brauchst. Du willst bestimmt Ladung für das Rohr. Wir fressen für das Rohr. Es muss gestillt werden mit dem großen Wurm da. Ich würde mit dem Teil innen schießen. Ach übrigens, die Kirche kann man mit Rauchkanaden kaputt machen. Wir machen dann die Tür auf und plötzlich kommt dann eine Panzerfaust raus. Was machen wir, wenn jetzt die Mik kommt mit der Bombe? Die Kirche hat kein Problem. Aber ich glaube, hier sind wir sicher im Haus von Jesus. Ja. Ich glaube, Mikael hat ein Handy dabei bei jedem Flug. Ich rufe mal an, warte. Mikael! Äh. Wie? Nein, 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 Mikael! Mikael! Sie sitzen in Ihrem Kirche neben dem Gebäude, neben diesem großen Steinpfeiler. Ach, wollen wir die Tür öffnen? Ich hoffe nur, dass Mikael gut sehen kann. Denke ich auch, lassen wir mal. Hört sich an, noch hätten Sie Probleme. Ich bin immer noch traurig, dass ich habe vergessen, mein Magdalhofer. Bist du im neuen Abend? Äh, Mikael! Geht nach vorne, ich habe die Kontrolle nach vorne. Du musst mir das noch ein bisschen. Ich habe gefragt, ob die Säge sind. Ich habe jetzt gefahren, den Pierre hier. Ich rufe erst mal an und sage, das ist gut der Flug, warte mal. Mikael! Ja, bisschen laut, aber war gut der Flug. Willst du noch mal? Ja, wenn du willst, ich habe zweite Flasche Wodka. Lichte Türe. Topzombie kriegt Orgasmus. Ich hoffe, Mikael macht keine Dummheit. Guck doch diese schöne Kirchendecke an. Wirklich schön. Ist das schlecht? Ja, was machen wir, wenn Mikael mit denen fertig ist? Kann ich dann hier raus? Leute, 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 ich hab grad Leute draußen voll aufgehören. Operation Rohrfrei. Da sind Amis außerhalb von unserem Gebäude. Vielleicht stürmen sie voll taktisch die Kirchen, springen durch alle Fenster. Wir haben das echt gebracht. Ja. Wow. 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 Ich hab' den Camp gelernt. Dreckig! aber ich kann aber ich weiß auf jeden Fall dass Eider wo man die Richtung Melmark unterwegs ist haha haha stand da echt einer von der Gegend JA MAN hat ein kleines Monstrum in die Fratze gekriegt haha 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 ich wollte sie auf der G.I. dreht sich in unsere Richtung und im nächsten Moment ist er weg haha aber fickt nochmal warum macht der die Tür auf? hol ihn von der Tür weg ja kommt man mit von der Türwende zu heim und kommt draußen hol ihn da weg fixe ist wieder wach ooooh mach dass du wegkommst Andrey haha ooooh 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 oof ooooh Das war's für heute.